So, hi Leute und herzlich willkommen hier bei Let's Play Force. Ich bin euer Neonatorin und zusammen mit dem Delta haben wir heute ein Special Event hier. Und zwar geht es heute um die Kunst des Drifterns. Ja, wir haben uns hier eine leere Lobby genommen, ein bisschen mal gefahren, dass ein paar Leute reinkommen. Jetzt sind wir schon zu viert auf dem Server. Macht es dementsprechend nichts, oder Delta? Nö, eigentlich nicht. Und unsere Aufgabe ist, wir wollen alles zeigen, was in die Drifte, wenn es drin steckt. Überall drei Rennen, S1, S2, 3 und 4. Ja, ich habe mir jetzt für jede Challenge hier einen Wagen hergerichtet. Das ist jetzt mal der Dodge Charger RT. Und ich habe genoobt, ich habe nicht aufgepasst und jetzt muss ich mit Joletta fahren. Oh, das tut weh. Also die drei Runden wären für dich sehr, sehr interessant. Der erste wurde disqualifiziert und ich weiß nicht warum. Da habe ich ein bisschen weit außen genommen. Ah, okay. Die Kurve werde ich glaube ich öfters küssen hier. Stelle. Dass ich hier wieder keine Punkte bekomme, ist typisch. Ja, 150.000. Ja, für den Schuldärter nicht schlecht, ich habe auch nicht viel mehr. Ich glaube, dass Shark Power mehr Punkte macht. Der hat uns ja heute schon ein paar Mal überrascht, ne? Ne. Oho! Da wäre mehr drin gewesen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das heißt, ja, jetzt dominieren wir ein bisschen. Aber nicht mehr lange. Die nächste Runde werde ich nicht nubeln. Okay. Naja, die nächste Runde, du kannst jetzt kein Fahrzeug aussuchen. Du musst jetzt die drei Runden durchfahren. Mit Joletta? Ja, die drei Runden. Nein! Oh. Okay, in S2 und 3 und 4 hast du dann deine Chance, ja? Aber ich könnte trotzdem gewinnen. Natürlich. Also mit Joletta lässt sich driften, wenn man weiß, wie es geht. Du brauchst viel, viel, viel Speed. Dann geht er schon. Keine Sorge. Ja, Delta, was tut sich so bei dir? Zähl doch mal was. Ja, der Last of Us, Let's Plays, wo es heute angefangen ist. Und mein Joletta sieht doch scharf aus. Rot, Weiß, Grün. Ganz nach der italienischen Flagge. Oh ja. Sieht wirklich scharf aus. Aber meiner sieht auch nicht schlecht aus. So richtig auf klassisch. Ja, das war jetzt nicht besonders gut. Kollision. Das wird jetzt nicht besonders stark. Au. Übrigens, wo hatte ich... Au. Das Schadensmodell ist komplett eingeschalten und ich hab grad die schlechteste Runde, die ich jemals hatte. Oh, ich auch. Nur weil ich versuche, hat alles zu gehören. Ach, Fick dich, Junge. Oh Mann, bin ich grad schlecht. Klar, sogar. Äh, Fick dich, Junge. Viel zu schnell, viel zu schnell. Oh mein Gott, das war so mies. Das war jetzt richtig, richtig mies. Ja, nicht nur du, ich auch. Ich glaub, wir verlieren S1, weil ich geloopt habe. Also, ich bin jetzt gleich auf mit Sharkpower. Von den Jungen werden wir anscheinend noch ein bisschen was hören. Ein netter Deutscher anscheinend. Der ist halbwegs beherrscht zu fahren, aber auch nicht so richtig. Also, ich hab hier schon andere Wertungen gesehen. Und auch selber gemacht. Durchschnittsplatzierungen hab ich zur Zeit zwei, was ja geil ist, oder? Bei Playlists ist drei. Was ist denn deine Durchschnittsplatzierungen derzeit? Ähm, weiß ich grad nicht. Ah, da, Durchschnittsplatzierung drei. Drei. Bei Playlists, oder? Bei Playlists, genau. Okay. Und bei Benutzer definierte Events? Ähm, bei Benutzer definierte Events hab ich jetzt nicht gesehen. Warum man schon wieder, Julietta? Ja, letzte Runde, ne? Was ist eigentlich mit den netten Amerikanern hier los? Der, der, der bleibt da und stehen wie, wie, der glaubt, ja. Das sind halt die amerikanischen Techniker, die haben nix drauf. Oh, er fährt. Einen Wahnsinn. So, jetzt mal alles geben. Ich hab ziemlich die besten und schwierigsten Strecken rausgesucht. Fuck, Junge, fuck! Alter, krieg Dreher, obwohl ich weiterfahren konnte. Was soll das? Das war jetzt nicht schön. Das war jetzt wirklich nicht schön. 107.000, wie nubig. Ich bin aber auch nicht besonders gut. Ich war jetzt auch nicht besonders gut. Mit 311.000, da ist mehr drinnen. Ich hätte in der ersten Kurve sicher mal, ja, 180.000 machen können. So, das heißt, ich hab dieses Event gewonnen. Ist doch geil, oder? Ja, hast du gewonnen. Oh, yeah. Ah, heute mach's mal voll auf chillig hier, ey. Kaum was zum Reden. Ja, ich bin im Moment hier beschäftigt mit ja, Paypal-Sachen zu alledikieren. Hm. Übrigern sind wir jetzt auch Battlefield 4 Premium mit ins Haber, ja? Hast du schon gedownloadet? Ja, ich bin jetzt Premium. Hast du schon deine Battlepacks aufgemacht? Nö, hab ich noch nicht. Ich hab noch keine Zeit gefunden, BR4 zu zocken. Müssen wir heute auch noch nachholen, ne? Ja. Oh, der Panos ist auch... Oh, ja. Wer weiß, vielleicht macht er mit. Ja, lad ihn mal ein. Ich bin eben weg. Ich komm gleich wieder. Okay, dann lade ich ihn in der Zwischenzeit ein. Beeil dich, Alter, ja? So, Freunde einladen. Freund auswählen. Panas. So, 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 so. Da sind wir wieder. Sehr gut, dann kannst du losgehen. S2. Yo. S2. Dodge Challenger. Ich geh einfach auf... Nee, 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 nee. Nichts, ja, Channel, ja, hier, Skyline. Du musst hier einen Skyline... GDR... Nee, denn? Ist Panos noch drinne? Nee, ich hab ihn mal eingeladen, aber natürlich, wir wollen nicht sogar so viel Zeit verlieren, wie der vielleicht spätestens bei S3 oder S4 dabei sein, wenn er dabei sein wird. Ich hol ihn mal rüber, ja? Jupp. Hey, Panas. Hallo. Habt ihr schon eingeladen, ja? Ja, ich hab's gesehen. Sehr schön. Mitten im Let's Play sind wir auch. Sobald... Ja, wir versuchen gerade herauszufinden, wer der beste Drifter ist. Okay. Und die erste Runde ging an Neo, weil ich aber einen Fehler gemacht habe, der mir teuer gekostet hat, nämlich Giulietta aus... Na, ich hab ihn ja nicht ausgewählt. Ich war hier am Computerwarten machen und hab da selber auf Giulietta gedrückt. Und Neo? Ja? Hau rein, ich bin hinter dir. Ich will nicht, dass du mich behinderst hier. Wie sieht mein Skyline aus? Es sieht wirklich nice aus, ja. Mal was anderes. Kannst du gleich von der Seite sehen, während ich an dir vorbeidriffe, okay? Wir haben gerade hinterher gefragt, ob ich rein platze, diese A-Fahr-Bahn. Hab keine Antwort bekommen, oder so, ich hab ihn reingefallen. Ja, weil... Ja, weil wir da zocken sind und nicht nachschauen können. Habt ihr eine private Lobby? Ja. Aber wir haben andere auch mit dabei. Also... Welche Stufe sind durchsetzt hier? Gerade erst zwei. Oh, ich bin fast Level 42. Willst du noch online spielen, ne? Typisch. Oh, bin ich durch dich... Bin ich durch dich gefahren. Nee, nicht wirklich. Oh, oh, oh. Bin durch... Bin durch die Luft geflogen, Alter. Oh, der Delta hat eine bessere Wertung. Aber war nicht schwer. Hat der irgendwie... Gerade einen schlechten Lauf. Na denn, nein. Dann hoffen wir, dass es jetzt besser wird hier. Jo, der Alex ist auch hier bei TS übrigens. Hier, hallo. Da schweigen der Lämmel. Hallo, okay. Ah, okay. Ja, ja, darfst. Du darfst, du darfst. Jederzeit. Ich hab die Erlaubnis dazu. Ja. Immer. Ununterbrochen. Am besten schrei gleich ins Mikrofon, dass wir einen Lenker verreißen und uns voll schrecken, ne? Alles klar, aber lieber nicht. Alles klar. Merken. Und die Zuschauer hier mit dem Red Bull oder mit dem Kaffee vor dem Bildschirm, dass sie den Kaffee gleich einmal über die Tastatur lernen oder so, ne? Hm. Ja, wichtig. Immer genau auf die Tastatur zählen dabei. Na klar. Über die Maus wäre so langweilig. Über die Tastatur ist ja schön teuer manchmal, ne? Gerade beim Laptop ist das optimal. Wenn darunter die ganze Elektronik sitzt. So, fährt ein Paus jetzt auch schon mit. Event läuft. Ich bin ganz hinten. Ah, ganz hinten. Da bleibst du auch die ganzen Rennen jetzt. Natürlich, davon geh ich aus, Junge. Ich glaube, ich muss mit Nismo Drift weil es ist zwei, ich kann ja kein Fahrzeug auswählen. Tja. Egal. Oh, das war fast ein Fehler. Aber ein paar Punkte haben wir ja schon. Eine Frage dazu. Ja. Ähm, passt zwar vielleicht nicht zum Thema, aber was denkt ihr über Titanfall? Ich freu mich. Einfach nur geil. Ähm, es ist ja... Ist aber nur für X und PC, nicht für PS3. Genau. Und, äh, ich glaub, momentan ist da entweder die Beta draußen, oder es ist schon draußen. Also, das weiß ich nicht. Die Beta ist schon draußen. Ist schon... Ich fahr grad so schlecht, ich fahr grad so schlecht, Alter. Oh mein Gott. Habt ihr noch nicht gesehen. Ich komm jetzt mit unter 200.000 Punkte wahrscheinlich ins Ziel. Äh, ja, nicht ganz, aber fast, ne. Alter war ich schlecht. Alter war ich Medium. Die Challenge gehört dir, Delta. Naja, mir... Zwischen uns beiden schon, aber... Ja, sonst wird der Amerikaner... Machen nämlich an. Also, der hat's ziemlich drauf. Ist das nicht, äh, der Noob, der vorhin dauernd stehen geblieben ist? Ja, der war anscheinend AFK. Oder... Er hat kein Driftauto auf S1. Nee, er hatte den Nissan Silvia. Also, doch hat er. Okay. Höchste Driftwertung... Eine Million... Ne, ich heiße 300... Fast 400.000. Also, bei mir sind es 583.000. 394.000. Natürlich. So, Neo ist jetzt wo vorne? Oh. Ist das im Mittelfeld. Im hinteren Mittelfeld. Im Mittelfeld. Thanos fährt auch schon mit. Ja, geil. Erkennt man gleich, dass... So geil ist das nicht. Ja, der Einzige mit Nismo. Nee, nicht der Einzige. Ich fahr schon die ganze Zeit mit Nismo. Da vorne fährt schon der lila Wagen. Na ja. Na ja. Das fahr ich auch mal. Ja, 1200.000 in der ersten Kurve. Ja, passiert. Sachen passieren, ne. Boah, ich hab gesehen. Da ist ein dummer Amerikaner vor mir, der mich jetzt behindert. Da krieg ich wieder keine Punkte, ne. Das ist so typisch, alter. Nein. Ich bin mal in dieser verkackten Kurve, weil ich die zu breit nehme. Oh, X3. Wenn du die Kurve perfekt nimmst, dann hast du mich besiegt. Wirklich? Nee, hab ich nicht. Hohohohoho. Alter. Ja, Sharkpower ist vorgegangen, ey. Krass. Und der Delta bleibt im Mittelfeld. Nur 200 neun... Warum das denn? Achso, die Kurve, die ich verpatzt habe. Ich hab auch eine verpatzt. Eine Kurve und schon ist es vorbei. Oh, ich hab die über. Ach, 40 Punkte. Ja, wir sind beide dritter. Nee, nee, nix überholt. Ja, wir sind beide dritter. Äh, ne, um mal fünf Runden, Herr Wenz. Nee, nee, nee. Es geht hier ums Let's Play. Ich will nämlich alle Stufen reinbekommen, ja. Es wird nur ein bisschen überlenker. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Er kommt rein und schon hat er hier Verlangen. Mach fünf Runden, mach zehn Runden. Ich will ja nicht mitmachen. Was? Was macht ihr denn? Drift Event. Ach, nur... Und stell dich da mal drauf. Ja. Ja, im Moment schon. Äh, ich bin auf der Seite 42. Ja, dann müsst ihr ihn bitte einladen. Ich stell dir mal um, ja. Ich mach schon. Ich mach schon, ich mach schon, ich mach schon. Hm. Jetzt kommt dann, die lieben S3 wegen. Ja, ich find alle bereit. Ariel Atom, geht das für Drift? Äh, nö. Naja. Ich hab's mal mit dem Kater eben geschafft und ganze null Punkte bekommen. Ah ja, Folge hab ich mir heute angeschaut. Ja, was ginge denn für S3? Was hab ich denn da? Was hast du denn? Ah, Corvette. Ah, Mazda RX-7. Mazda RX-7 und Corvette gingen gut. Corvette auf schnelleren Strecken. Mazda RX-7, wenn du Haarnadelkurven hast. Ey, der sieht so haarscharf, äh, scharf. Alter, da fährt er da mit dem Honda Civic. Bin ich gespannt. Das ist doch ein Gripwagen, oder? Ja, aber wenn du die Handbremse benutzt, dann kommst du wahrscheinlich besser als mit dem Heckentrieb um die Kurven. Ja, kann durchaus sein. Ich hab keine DLCs, ne? Ja, das macht überhaupt nichts. Ich nämlich auch nicht. Ich würde gerne mal S3 mit DLCs fahren, ne, joh. Nämlich, hier steht herunterladbare Inhalte erforderlich, erforderlich, also... Oh, du kannst nicht beitreten. Ja, also ich bin in der Lobby drin, ihr fahrt nur. Aber ich kann halt, wie gesagt, ja, ja, nicht beitreten. Das ist aber blöd. Hast du denn gratis DLC-Wagen, der Honda Civic? Hm, ich mein' nicht, ne, ich hab' gar keine DLCs mir heruntergeladen. Es gibt, äh, zwei oder drei gratis DLCs. Was hieß nie denn? Demolition Derby und Honda Civic. Und, äh, Chevrolet Amaris S, Tyler McFerry, das ist sehr staut. Also ich schau' jetzt einfach mal unter Grid 2 DLCs. Ja, ja, genau. Da kann man sich überhaupt nicht das Fahren konzentrieren, ja. Du musst euren Playstation-Store geben. Ja, ja, bin auf dem Weg. Sehr schön. Oh, Mann. Alter, ich krieg gar keine Punkte hier zusammen. Alter, war da schlecht. Guck, wir haben ein Dell dazu. Ohoho, hübsches Auto, Alter. Wow, das war knapp, gell? Kollisionen sind an. Hübsch gefahren. Ah, du bist eintrittig von mir. 214. Panos, Panos. Die ganzen Götter müssen dir jetzt behindern, dass du gewinnst. Ja, es waren alle sowas von mega schlecht. Ja, genau so mein ich das. Genau, krach, genau so. Und so, perfekt. Runterfallen, wieder starten und nichts auf die Reihe kriegen. So will ich das haben. Panos, perfekt. Mehr wollte ich doch gar nicht. Das waren alle griechischen Götter auf einmal, ne? Die gesagt haben, wir sind. Und am Ende hat Zeus nochmal mit seinem Blitz so gedonnert. Zack. Panos stirbt. Der Deltäute muss gewinnen. Ja, ich bin voll genug die Runde. Vollig scheiß, man. Ne, und mach die DLCs an, dann werden wir schon sehen. Die DLCs sind an, du Noob. Weißt du was du, ah, du bist jetzt die ganze Runde mit... Äh, meine Drift DLC, sieh sie nicht an. Ich glaube, das ist ein Problem. Ich hab DLCs erlaubt, ich hab DLCs erlaubt, mein Freund. Alles klar, ne, wir fahren danach nochmal Estra, ja? Ja, nicht dem Let's Play. Ja. Ich hab hier im Store Grid, also die DLCs, und hier steht... Also hier sind nur DLCs, die kostenpflichtig sind. Aber wurden die rausgenommen, die kostenlosen? Nein, hab ich doch noch vor ein paar Wochen, äh, eine Woche runtergedownloadet. Also geh mal auf das Spiel. Grid 2, und dann, äh, sind da alle DLCs. Ja, Barthurst Pack, Classic, Grid Pack und All-In Pack und so. Super Tuning, Top Performance, Bar. Neo, wie da vorne? Ja. Geh mal auf das Spiel, Grid, und dann guckst du das nochmal an. Okay, warte, ja, ich geb's einfach oben ein in den Suchen, das geht schon. Ne, nicht in den Suchen, geh einfach nur auf das Spiel. Ja, wo denn? Alter, null Punkte für den. Bin grad wie, wie im Rennen hier, reingefahren, ey. Da steht aber ganz normal nur Grid. Ja, dann klickst du bei Extras. Bin grad überfordert. Alter, krieg ich Kollision für was, Alter? Ja, wenn du diese roten, äh, Dinger da streifst, auch. Nicht mal berührt, nicht mal berührt. Es war zwar haarscharf vorbei, aber nicht berührt. Alter, Delta, du musst schon grottenschlecht fahren, dass du jetzt, ähm, gegen mich verlierst. Ja, ich hab nicht mal hunderttausend Punkte. Obwohl es am Anfang so gut ausgesehen hat. Guck ich dir mal zu. What the fuck? Ja, genau so macht man das. X3, boom, erster Platz. Wie heißen denn die, äh... Ähm, wie die DLCs heißen, weiß ich leider nicht. Delta, ah ne, Panos, genau so macht man das. Kostenloses Super-Tuning-Auto. Geht hier. Hat er mich jetzt überholt, mit den Punkten. Oh man, Panos, die Götter müssen die schlachten. Die sollen alle zu dir nach Hause kommen und dich schlachten. Je, ich, ja, das ist kleinere oder größere Winkel du hast, desto mehr Punkte bekommst du. Kleiner. Kleiner, okay. So, Alex nochmal helfen, ähm, schreib einfach Grid 2. Ja, ich hab jetzt kostenloses Super-Tuning-Auto, das hab ich jetzt. Ja, und jetzt brauch ich... Ja, Honda. Ja, genau, jetzt brauch ich nur das andere. Den Tyler McCarrie... ...weißen. Panos? Ja. Warum vergewaltigst du immer deine Autos? Fick! Das ist nicht vergewaltigt. Vergewaltigt, du guckst euch mal die Karre da an. Schwarz und Limettengrün. Das ist kein Limettengrün, das ist normales Grün. Giftgrün. Ha, ich hol mir auch in die RX-7 hier, da bin ich, da bin ich mir schon sicher. Ah, der will ist ein Dölby. Nein, Kurverkack! Ja, die Kurverkack ich auch immer. Ja, das ist meine Chance, ne? Letzte Kurve, gib mir bitte Glück. Alter, war das schlecht. Ich krieg nu l mal drei、 für den schönen Drift, hier. Danke. So, ein bisschen bremsen, damit ich den nicht gleich wieder reinrutsche, ja. Hm, zweiter Platz. Oder auch nicht, ne? Da war der Neal angucken. Toll! Komm, Neoneon komm, armer. Nee, keine Chance. Keine Chance, Keine Chance. Das war gerade so Megaschlecht schon wieder. Nee, heute kann ich mich wirklich nicht Drift King nennen. Das geht heute nicht, ne? Nee! Drift-noob! Ja, heute absoluter Drift-noob, ne? D-n. D.N. statt D.K. D.N. Drift Noob. Ah komm, man hat nochmal einen schlechten Tag, aber an manchen Tagen ist man halt besser. Und gewonnen! Panos, los ich meine Eier. Welche? Gibt es überhaupt unten Eier? Panos, wir sind ein Let's Play. Ich will deine Mama nicht beleidigen, ne? Denn das tut man nicht. Ja, ich weiß. Bei dir ist es genauso. Okay, willst du wirklich wissen, was bei mir unten ist? Dann musst du einfach nur Rebecca fragen und dann weißt du, was da unten ist. D.N. D.N. war jetzt ein Tritt in die Eier. Stöcke, ne? Stöcke, Stöcke. Deine Eierstöcke müssen jetzt wehtun, Jör. Okay. Ah komm, wir ärgern den. Ach komm, die wird das nie erfahren hier, unsere Gespräche hier. Ah ja, sag mal in den Play oder was. Wieso nicht gleich so in den Nachrichten kommen, damit es jeder erfährt. Wenn du willst, kann ich ihr einen Link schicken. Alter, piss dich. Komm auf. Alter, Alter. Wenn ich zu dir nach Sizilien... Nein, Honda NSX, ich will nicht S4 fahren. Ich hab jetzt zweimal gewonnen oder einmal? Zweimal, ich erst einmal. Ja, dann muss er jetzt hier alles geben. Oh ja. Heißt das Ruhe? Gelassenheit? Alle konzentrieren sich auf das Rennen. Genau. Längste durch Donblein, 192 Meter. But, ich hab schon 209. Tja, da hast du anscheinend aber nicht wirklich viel Punkte mit den Drift geholt, ne? Warum? Naja, weil du weniger Punkte als ich hast in Gesamtwertung. Oh ne, wie wärst du nochmal die Strecke umändernst? Ne, das ist absichtlich. Ey, da macht ein Honda NSX Tokis. Tokis, Junge. Was? Ich hab'n Blauen. Blau ist der? Blau. Der ist hellblau oder so, aber doch nicht blau. Das ist Baby. Meine Hauser sind schlimmer wie meine Hauser, Mann. Ne, 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 ne. Nur der Honda NSX, den muss ich noch umändern. Land. Ja, das sieht wirklich kacke aus. Der Honda NSX, welches S ist der? S3. Normalerweise. Aber wir fangen grad in S4. Ist das eine Driftkarre? Ja. Okay, sehr gut. Sehr gut. Die Standardkarre fahren, S3. So, kann man mich nochmal einladen? Panos, kannst du mich nochmal einladen? Später dann, ja. Längster Online Drift, 206 Meter übrigens. Oh, Delt, das ist ein Auto hässlich. Mein Gott. Hast du auch die Standard-Fan noch. Jawohl, Alter. Jawohl, komm nochmal gegen die Wand. Jawohl, so wie es sich gehört. Ne, das war nix. Auch an der NSX kann ich nicht fahren. Weil du ein kleiner Noob bist. Ne, ganz bestimmt nicht. Alter, das war aber jetzt auch überhaupt nichts bei mir. Aber überhaupt nichts hier. Alter. Aber du hast mich überholt. Ja, aber ich mein, das ist ja erster, erster Rennen, ne? Genau. Sowieso die schwierigste Strecke hier. Äh, wie der Erster. Warum hat der Zembo keine Punkte? Ähm, eventuell zu stark gedriftet, also zu weit rausgedriftet. So, jetzt Dritter. Ne, der ist rausgegangen. sieht, nehm ich mal an, dass, ähm, der Delta diese Challenge hier gewinnen wird, weil es, wenn Panos jetzt gewinnt, diese Runde, äh, steht 1, 1, 2. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich hab am Anfang an mitgemacht, aber auch egal. Ist dein Problem, dann müsstest du früher online kommen. Ach, vielleicht hätte ich noch was anderes zu tun nebenbei, außer nur zu zocken. Ja, was war's, in dein Bett? Mama, ich muss online gehen. Nein, genau, stimmt. Ey, warum irgendwann immer den armen Panos, ey? Ich weiß nicht, warum du so ein Arschloch zu ihm bist. Äh? Ach, wir haben uns doch lieb. Panos ist hinter mir. Ja. Ich weiß, wer diese Challenge nicht gewinnen wird. Alter, hör mal auf, Delta, ich bleib stehen, gell? Und fahr als letzter los. Geht nicht, bist du disqualifiziert? Weiß so. Ha, ha, ha. Außerdem hast du nur eine Minute 30. Boah, Delta, pisst dich jetzt. Ha, ha. Gib Gas, pisst dich, entferne ich von mir. Jetzt kackt hier nicht herum, verdammt. Ach, ich finde es auch wie Sonnen. Ja, ne? Ja, der dich gleich rammen wird. Du wirst diese Challenge nicht gewinnen. Boah! Nein, warum hast du Kollision nur angemacht, ey, Alter? Warum nicht? Boah! Meine Karre ist total... Der Typ dir aber okay. Ich brauche mich zu toppen, du Wichser, Alter. Ey, jetzt. Komm mal wieder runter, ja? Okay, ja. Sonst kriegst du noch eine Mundschelle. Ja, krass von dir, oder was? Jawohl, Delta, blockier die, blockier die. Stell dich weiter näher ran. Zu spät. Der nächste wäre Neo gewesen. Hätte ich den geblockiert, der würde mich hier aus der Hässe rausschmeißen. Alter. Schuld ist nur der eine mit diesen Zen-Wu, gell? Dass ich so schlecht jetzt bin. Ich musste bei einer absolut geilen Drift-Kurve bremsen, damit ich vorbei kann an den Typen. Ist das mies. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte nach links ziehen sollen, wo Panos überholen wollte. Dann hätte er nicht den ersten Platz gemacht. Aber die nächste. Ja, ist eigentlich scheißegal. Panos wird die Challenge vor mir auf jeden Fall absolvieren, weil der hat so einen großen Vorsprung. die haben eine Trophäe verdient, unendliche Weite. Was das wieder soll, weiß ich aber nicht. Ah, du hast so und so viele Kilometer gefahren. Also. Panos weiß alles, er ist das Lexikon. Achso. Schlimmer als Nick. Immer auf die, die nicht da sind, ne? Oh, Mann, oh, Mann. Alles klar, jetzt geht's schon bei mir Essen, ich fahre nur die Disservent und dann muss ich gehen, kurz. Endlich, dann kann ich wieder erste Plätze beziehen. Das heißt, wenn wir Panos jetzt ausschließen, hab ich gewonnen, ja? Ne, okay, er ist dann Gleichstand. Zwischen uns beiden. Vor mir, der eine heißt Drift. Okay. Dann zuvorletzter willst du mich verarschen. So, Delta, mach was. Mach was aus deiner unendlichen Nubigkeit. Ja, toll. Erste Kurve erstmal schön fast 100.000 und was mach ich? Kollision. Genau. Und ich komm raus, ich komm raus, ne? Oh ja, 103.000. Oh ja, nochmal 50.000. 157.000. 33.000. 33.000. Okay, dieses renn gewinne ich nicht. Ne. Das ist wohl wahr. Nein. Da war so viel noch drin. Ich hätte über die 1000.000. Dieser Zempfoy. Ne scheiß Karre. Oh komm, die sieht aber geil aus. Ja, fährst du scheiße. nochmal weg, ja? Bis gleich. Okay, bye, bye. Boah, der ist ja wirklich krank. So, bin ich gespannt. Nervenkitzel. Ja. Mein Gott. Ja, Erster Platz hast du mit so. Ja. Ja, hast erster Platz gemacht. Panos ist so weit hinten. Er ist fünfter. Kann ich da den ersten machen? Ne, ich bleibe am zweiten mit zwei Punkten Rückstand. Du bist letzter, Alter. Ja. Also S3 hast du wirklich nicht drauf. S4. Ah, S4, hoppla. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Jetzt gucken wir mal, was wir noch für Kohle bekommen, dank der Leihwagenstrafe ja nicht besonders viel. Sind das nur 11.000, 220? Aber naja, macht ja nichts. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Ciao.